Geschätzte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Zahl der Ehescheidungen in Deutschland liegt Jahr um Jahr im sechsstelligen Bereich. 2013 waren es 170.000 Paare, die ihre Ehe beendeten. Das bedeutet, dass jedes Jahr hunderttausende Menschen von Scheidungen unmittelbar betroffen sind. Wir reden dabei nicht nur über die persönlichen Enttäuschungen und Verletzungen. Wir reden nicht nur über die vielen Veränderungen für das Familiennehmen. Wir reden als Gesetzgeber natürlich primär über die rechtlichen Folgen. Wir reden zum Beispiel heute über die Frage des Umgangs mit den erworbenen Anwartschaften für die Altersvorsorge. Und es geht uns Sozialdemokraten natürlich darum, dass es eine gerechte Verteilung der Vermögenswerte zwischen den Geschiedenen gibt. Und uns ist auch klar, wir dürfen nicht akzeptieren, dass 65 Jahre nach der Verkündung des Grundgesetzes die Gleichstellung zwischen Mann und Frau immer noch nicht überall Alltag zu sein scheint. Und ich möchte an dieser Stelle und mit Blick auf die kommenden, nein, die betriebliche. Heute geht es dabei um die Frage des externen Verteilungsverfahren bei Betriebsrenten auf die jeweiligen Ansprüche der Geschiedenen und wie sich das dort auswirkt. Und um die Ungerechtigkeiten, die momentan dabei durchaus möglich sind, Frau Keul. Und ich sage Ihnen, wir sind da in der Analyse auch ganz bei Ihnen. Aber der Reihe nach. Die betriebliche Altersvorsorge, sie wird allgemein als die zweite Säule der Altersvorsorge schlechthin bezeichnet. Etwa 40 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gehen diesen Weg, um ihre Rente eines Tages aufzubessern. Der Betriebsrente kommt also auch mit Blick in die Zukunft eine herausgehobene Rolle für das Einkommen im Alter zu, ein Einkommen, von dem man auch leben können muss. Und ich möchte an dieser Stelle und mit Blick auf die kommenden Beratungen auch deutlich machen, wir sollten das im Hinterkopf haben und sicherstellen, dass wir die Akzeptanz der Betriebsrenten am Ende nicht gefährden. Denn genau mit dieser Intention, mit diesem Wissen hat der Gesetzgeber bei der Neuregelung des Versorgungsausgleichs in der vorletzten Wahlperiode, also auch durch die Große Koalition, eine besondere Ausnahme für die betriebliche Altersvorsorge geschaffen, die dieser Herausforderung gerecht werden soll. So werden normalerweise im Falle einer Ehescheidung oder Trennung die Versorgungsanrechte, die die Partner während der Ehe erworben haben, intern geteilt. Das heißt, der Versorgungsträger, sei es eine Kasse oder der Arbeitgeber, nimmt den Ex-Partner, das ist in der Regel oftmals noch die Frau als Versicherten auf, wobei jeder der Partner die Hälfte der erworbenen Ansprüche erhält. Externe Teilung hingegen bedeutet, dass der Versorgungsträger den Kapitalwert des Anrechts an einen anderen Versicherer übergibt, den die ausgleichsberechtigte Person auswählt. Das geschieht im Normalfall nur bei kleinen Beträgen oder im beidseitigen Einvernehmen. Anders jedoch bei den Betriebsrenten. Bei der betrieblichen Altersvorsorge hat der Versorgungsträger in der Regel also der Arbeitgeber das Recht, einseitig die externe Teilung zu beantragen und so zu verhindern, dass er ein Ne oder einen neuen Versicherten bekommt und entsprechend nicht zusätzliche Kosten zum Beispiel für die Verwaltung aufbringen muss, das, was eben schon genannt wurde. Das führt derzeit aber zu folgendem Problem. Um den Kapitalwert eines Rentenanspruchs zu bestimmen, wird zumeist ein Zinssatz herangezogen, der momentan bei gut 4,6 Prozent liegt. Wenn ich aber diesen Maßstab zur Berechnung zugrunde lege, aber gleichzeitig weiß, dass zum Beispiel der Garantiezins bei Lebensversicherungen derzeit bei nur 1,25 Prozent liegt, weil die Zinsen sich allerorts im Keller befinden, dann wird das Problem auch schnell deutlich. Und dann wird auch schnell deutlich, dass die externe Teilung derzeit zu einer Minderung der Altersvorsorge insbesondere von Frauen führen kann, die überproportional oft hiervon betroffen sind. Der Deutsche Anwaltsverein hat in Beispielrechnungen angeführt, dass die am Ende ausgezahlte Rente um mehr als 50 Prozent niedriger sein könnte, als sie es bei der Anwendung der internen Teilung gewesen wäre. Also eine deutliche Verletzung des Halbteilungsgrundsatzes. Allerdings ist dieser Zahl gegenüber, und das hat die Kollegin Sütterlin-Wahr gerade auch schon gesagt, zumindest eine gewisse Skepsis gegenüber angebracht. Hier wird zumindest in den dramatischen Fällen von einer Zeitspanne von über 40 Jahren zwischen Scheidung und Rente und einem ebenso lange anhaltenden Niedrigzinsumfeld ausgegangen. Das eine darf man wohl zumindest als nicht die Regel und das andere als zumindest nicht gottgegeben bezeichnen. Tatsächlich fehlt es uns an belastbaren und aussagefähigen Zahlenmaterial. Und ich meine, die einfache Streichung des Paragraphs 17 wird der Komplexität unseres Problems auch nicht gerecht. Der Gesetzgeber hat die Ausnahme für Betriebsrenten aus den genannten Gründen ganz bewusst geschaffen. Und wir sollten Belastungen der betrieblichen Altersvorsorge vermeiden, wenn wir sie denn letztlich vermeiden können. Dabei sollten wir im Auge behalten. Das Problem ist ja nicht die externe Erteilung selbst, sondern die im Vergleich zur betrieblichen Altersvorsorge zurückhaltende Wertentwicklung von anderen kapitalgedeckten Vorsorgeformen. Und von denen dann insbesondere auch das wurde genannt, die Arbeitgeber, die Firmen profitieren. Wir befinden uns seit Jahren in einem andauernden Niedrigzinsphase. Und hier ist keine Lösung in Sicht. Hier ist kein Ende absehbar. Hätten wir jedoch andere Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt gehabt, hätten wir das heutige Problem auch nicht. Darum geht es uns zwar darum, das Problem anzugehen, aber dabei nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten. Konkret bedeutet das für uns, zunächst sollten wir die anstehenden Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in mehreren Fällen abwarten, die sich um die Frage der Festlegung eines angemessenen Zinssatzes in entsprechenden Berechnungen drehen. Dann wissen wir ja mehr. Dann ist es Zeit zu prüfen, ob hier gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht oder ob das Problem auch durch eine einheitliche höchstrichterliche Rechtsprechung aufgelöst werden kann. Ansonsten hat beispielsweise auch das, wurde schon gesagt, der Deutsche Familiengerichtstag im letzten Jahr alternative Vorschläge für eine Reform des Paragraph 17 gemacht. Es muss uns letztlich um eine Lösung gehen, die das politische Ziel der Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge wie auch die Interessen der Versicherten berücksichtigt. Wir brauchen eine tragfähige Lösung, die beiden Ansinnen gerecht wird. Lassen Sie uns die Thematik in der kommenden Zeit, und da sind wir auch ganz bei Ihnen mit Sachverständigen beraten, lassen Sie uns nicht untätig die Zeit bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs verstreiten lassen. Lassen Sie uns die Thematik intensiv beleuchten und gucken, je nachdem wie die Entscheidung des BGH ist, ob wir am Ende eventuell gesetzgeberisch tätig werden müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Dr. Volker Ulrich, CDU-Fraktion.